so ganz kurz und knapp wegen diesen schüttelkarten und diesen kuppeln ich habe letztens ein paket von jemandem gekauft wo ich mir ein paar sachen aussuchen konnte und daran unter anderem diese dinger mit bei das sind solche teile eben kuppelartig dann waren da karten bei allerdings nur für diese großen ein paar verschiedene auch nur in diesen creme und grün die sind auch schon fertig vorbereitet einfach hier drauf setzen auf der anderen seite festkleben andere papier oben drauf und fertig ist die geschichte ich habe jetzt noch zusätzlich und kreise hatte mir das denn ein bisschen ja ein bisschen abgezeichnet und mir dass die selber ausgestritten wie gesagt ich habe dann jede menge von ich bin glücklich dass ich sie habe und meine schüttelkarten werden erst mal so sein bis sie dann alle sind eine klasse idee und ich glaube aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen sie sind von ideen mit herz schaut einfach mal nach ich weiß auch nicht wirklich wie die dinge heißen ob die kuppelkarten heißen das war jetzt einfach so von mir ein halb erfundenes wort ja vielleicht ist ja irgendjemand dabei der die genaue bezeichnung weiß und auch wo man sie her bekommt würde mich freuen wenn das denn unter dem video mal eben gepostet wird weil ich glaube da brauche ich noch mehr von also bis denn und wir hören voneinander tschüss